Das Prinzip meiner Arbeit ist die Abkehr von Zahlen und Statistik. Ich möchte jedem einzelnen Schicksal ein Gesicht und eine reale Existenz zurückgeben. Ich kann nichts machen. Ich sehe immer meine Tochter als eines dieser vielen Kinder. Wer ist das? Das ist ein kleines Mädchen, das ich gerade suche. Polizei, Madame. Machen Sie auf. Sie werden mitkommen müssen. Die Kinder müssen auch mit? Ich bin sicher, Sie sind entkommen. Das ist unglaublich. Monsieur, ich flehe Sie an. Tun Sie mit mir, was Sie wollen, aber nehmen Sie nicht meine Kinder mit. Ich möchte dich bitten, deine Nase nicht in Angelegenheiten zu stecken, die dich überhaupt nichts angehen. Er hat seit über 50 Jahren nichts mehr von ihr gehört. Sie sollten die ganze Geschichte kennen. Nein, ich habe keine Lust. Sobald man sich mit dieser Sache näher beschäftigt, kommt man nicht unbeschadet davon. Ich wollte nur die Wahrheit wissen, sonst nichts. Die Wahrheit. Und was haben wir nun von dieser wunderbaren Wahrheit? Ich weiß nicht, dass er sich nicht mit mir fällt. Sie sollten auch nicht mehr, wenn Sie die Lust haben. Das ist nicht immer die Wahrheit. Ich weiß nicht, dass er nicht mehr so ist. Vielen Dank.